Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 25. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1007. Und heute habe ich mit für euch dabei Hot Tubes, Storytel, Siri Fernbedienung, Lossless Audio, Wetter Widget, Spotty Feed und MateView. Besten Dank für die ganzen Genesungswünsche und Rückmeldungen, Feedbacks über die ganzen Kanäle, E-Mail etc., die ihr mir habt zukommen lassen. Ja, meine Stimme kommt langsam, aber sicher wieder zurück. Und das Husten ist auch immer mehr ein Ding, das zurückgeht. Hoffe ich doch ganz stark. In diesem Sinne hoffe ich diese Woche wieder fleissig, Podcasts für euch annehmen zu können. Und jetzt würde ich sagen, starten wir gerade mit den Themen, die ich für euch habe sammeln können. Zum einen haben wir Hot Tubes. Das ist eine Kategorie, die in Twitch schon für das ein oder andere oder den ein oder anderen Aufreger gesorgt hat. Die Möglichkeit, freizügige Streams zu machen, sind unter Twitch immer wieder gemassregelt worden. Und vor kurzem hat man da Möglichkeiten geschaffen mit eben diesen Hot Tubes. Oder man hat Möglichkeiten gefunden, wie man das ein bisschen umgehen konnte. Und das war dann ziemlich umstritten bei den Nutzern. So hat jetzt Twitch aus der Not eine Tugend gemacht, hat drei neue Kategorien. Also neu sind sie nicht, aber einfach drei Kategorien definiert. Pools, Hot Tube und Beaches, wo Menschen vornehmlich weiblicher Art streamen können. Und zwar leicht bekleidet und damit Werbung machen können. Ein grosser Torn im Auge war das Ganze der Werbeindustrie, die teilweise oder die vielfach über Twitch Werbung ausgespielt hat, aber nicht mit eben solchen Streams in Verbindung gebracht werden wollte. Die neue Einigung in dem Bereich ist jetzt so, Werbetreibende können festlegen, dass sie genau in diesen Bereichen nicht ausgespielt werden, weil man seriöser etc. wirken möchte und nicht mit denen in Verbindung gekommen möchte. Und die Betreiber solche Profile haben die Möglichkeit, es weiterhin zu tun. Mal schauen, wie das weitergeht und wie es in der Community ankommt. Dann gibt es Neuigkeiten von Spotify. Die haben eine Partnerschaft mit Storytel verkündet. Es ist ein Dienst, wie Audible etc., die Hörbücher anbieten. 500.000 an der Zahl soll es sein. Und die werden jetzt auch ins Spotify-Universum kommen. Anscheinend nicht ganz direkt in die Spotify-App, aber zumindest soll es für Spotify-Anbieter oder doch in die App. Das ist noch nicht ganz so klar. Für Spotify-Hörer gibt es einfach die Möglichkeit, den Katalog von Storytel sich separat über ein Abo zu holen. Also es kommt, wie gesagt, nicht ins Abo mit rein, aber man kann es zusätzlich dazu buchen. Für normale Kunden bei Storytel kostet übrigens ein monatliches Abo 14,90. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man dann bei Spotify ein bisschen was sparen kann, wenn man dann das möchte. Weiter geht es mit Apple und der neuen Siri-Fernbedienung. Darüber werden wir auch in der nächsten Geek Talk News-Folge sprechen. Die haben wir nämlich gestern Abend aufgezeichnet. Die hat keine Wo-Ist-Funktion drin. Das hat der eine oder andere moniert. Und Apple hat jetzt reagiert und erklärt, dass es das einfach halt nicht braucht, weil es ein bisschen zu übertrieben ist. Ja, kann man so empfinden. Finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Zumindest unsere haben wir selten gesucht, da grundsätzlich unsere Mädels wissen, wo Fernbedienungen hingehören. Und dann sind sie auch meistens da, wo sie eben hingehören. Auch gab es Neuigkeiten oder gab es Gespräche rundherum, weshalb er keinen Gyro- und Beschleunigungssensor mehr integriert hat, womit man die neue Fernbedienung nicht mehr als Game-Controller nutzen kann. Wenn Apple sagt, wer spielen möchte, der kauft sich einen dedizierten Spiele-Controller und macht das nicht über die Apple-Fernbedienung. Weiter geht's mit dem Update in Richtung Lossless Audio. In der letzten oder vorletzten Woche, bin ich mir ganz sicher, hat ja Apple kommuniziert, dass sie jetzt 3D-Audio und Dolby Atmos auf die ganze oder in die Musik-App bringen möchten und gleichzeitig auch den kompletten Katalog ab Juni 20 Millionen, ab Ende Jahr dann die 75 Millionen in Lossless Audio anbieten möchten. Da kam ein kleiner Aufschrei, weil das zu gewissen Apple-Produkten nicht kompatibel ist. Wer sich mal ein bisschen mit auseinandersetzt und wie Musik übertragen wird auf den Geräten, der kommt ziemlich schnell darauf, weshalb das nicht so sein kann und dass man da eben Zwischengeräte braucht. Nun hat aber Apple verkündet, dass zumindest die Homepods und ich hoffe doch auch die Homepods Minis ein Software-Update geliefert werden, so bekommen, gutes Deutsch wieder mal, die eben das Lossless Audio dann auch auf die Homepods bringen werden. Auch ein Update gab es bei Netatmo, denn die haben endlich ihr eigenes Wetter-Widget rausgebracht, das ja eigentlich seit iOS 14, letzten September, möglich wäre und damit kann man jetzt das Netatmo-Wetter-Widget sich auf den Screen oder auch sonst irgendwo ablegen bei Apple auf dem Homescreen. Finde ich praktisch, da ich ein grosser Fan der Wetterstation bin und die auch fleissig im Einsatz habe und daran auch bei meinen Eltern eine aufgestellt habe und somit noch mehr Informationen darüber habe. Finde ich das eine gute Entwicklung. Dankeschön, Netatmo. Hashtag endlich. Spotty Feed, das haben wir euch mal vorgestellt, war eine Möglichkeit, worüber ihr exklusiv Podcasts aus dem Hause Spotify habt in anderen Podcatcher hören können. Schon damals habe ich euch und auch in News-Folge vom Geek Talk darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange so gehen wird, weil das gefällt natürlich Spotify nicht, dass sie die Leute nicht tracken können und ihnen keine Werbung verkaufen können. Das ist jetzt passiert. Spotify hat da die Drehschrauben angelegt und somit funktioniert das Ganze nicht mehr. Shame, shame, shame. Unschön. Spotify Podcasts sind freies, ist ein freies Medium und das soll es auch bleiben. Weiter gibt es Neuigkeiten noch von Huawei. Die haben nämlich letzte Woche zwei neue Monitore vorgestellt. Ganz, ganz interessante, wie ich finde. einen 3 zu 2 Format für den Büroeinsatz und einen für Gamer, der dann im 21 zu 9 Format ist. Sehr, sehr spannende Produkte, die ich mir unbedingt ein bisschen genauer anschauen muss. Vor allem, die haben auch die Share-Funktion, was mein Huawei Mate-Book hat und was mir sehr viel Spass bereitet in der täglichen Nutzung. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Startet gut in die kurze Woche. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.